have fun, hier ist euer Alvoram zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich bin hier dabei, der Mann hinter dem Mann, also Teil von das Instrument der Ältesten zu spielen, nämlich Kapitel 2, greife Hofe Kester an und entführe Thetmund und dazu muss ich erstmal eine Seekette entfernen. Und der Segelein! 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 In die Schlacht! 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 In die Schlacht!